Sie waren das Traumpaar der Fußballwelt. Jordyn Huytema und Alphonso Davies. Beide Topstars der kanadischen Nationalmannschaft. 2019 verließen sie ihre Heimat. Er ging zu den Bayern, sie nach Paris. 2022 trennte sich dann das Traumpaar. Ein Schock für die knapp zwei Millionen Fans von Huytema. Mittlerweile kickt die 22-Jährige in Seattle ganz nah bei ihrer Familie. Aber auch in der Liebe läuft es wieder. Nur wenige Monate nach der Trennung mit Davis zeigt sich Jordyn Huytema in der Öffentlichkeit mit Baseballstar Julio Rodriguez. Privat läuft also alles rund. Kommt jetzt sogar auch noch der WM-Titel obendrauf?